Hey, hier ist Ronja und Izzy und ich. Wir spielen heute Entkomme dem Grimace Shake. Falls ihr das nicht kennt, dann habt ihr vielleicht nicht die Grimace Shake TikToks gesehen, wo die Leute diesen McDonald's Shake trinken und explodieren und Lila Goo aus ihnen kommt. Keine Ahnung, ihr wisst sicher, was ich meine, falls ihr es gesehen habt. Jedenfalls, wir entkommen heute Grimace, okay? Grimace ist hier. Wir müssen entkommen, wir müssen aus diesem Haus fliehen. Hier gibt es verschiedene Schüssel. Hier gibt es zum Beispiel einen grünen, den wir brauchen. Hier einen pinken. Okay, ich werde mich mal auf die Suche machen. Oh Gott, da ist Grimace schon. Warum ist Grimace? Ich habe ihn getasert. Ja, der kann jetzt erstmal nicht so schnell wieder laufen. Jemand hat den Wäscheraum aufgemacht. Hier ist was. Da ist was, okay, perfekt. Ich hätte den blauen Schlüssel gefunden. Nein, Grimace hat Jenny umgelegt. Was ist das hier? Weißer Schlüssel. Das ist auch nicht richtig. Blaue Tür, blaue Tür. Lädst du deinen Taser auf? Ja, habe ich, aber jetzt habe ich direkt geschossen. Und jetzt muss ich drei Minuten warten, bis es wieder geht. Oh mein Gott, die Tür ist lila. Die ist gar nicht blau. Oh Gott, die ist direkt bei mir. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, die Tür ist lila. Oh mein Gott. Warte, komme ich hier raus? Nein, ich brauche eine Bohrmaschine dafür. Natürlich. Ähm, oh mein Gott, ich habe so Angst. Ich habe so Angst. Roten Schlüssel. Gibt es doch einen roten irgendwo? Rot gibt es nicht. Da hinten gibt es... Oh, hier war ein Grimtüter aufgemacht. Oh, hier ist ein grüner Schlüssel. Nee, das ist von der Tür. Äh, roter Schlüssel brauchen wir, oder? Ey, roter lag da doch, oder nicht? Ach so, roten... Nee, 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 roten... Was hast du da hingelegt, ne? Blau? Ich weiß es nicht. Ja. Ich habe so Angst vor dem Monster. Oh, ich auch. Oh. Ey, ich verstehe nicht. Was brauchen wir denn jetzt noch für Schlüssel? Irgendwas fehlt er jetzt hier. Wir brauchen eine Axt, Schlüssel. Ich weiß nicht. Ich gehe mal raus. Wieso brauchen wir denn eine Axt? Ja, vielleicht müssen wir wirklich raus. Ich muss raus. Im Haus finde ich nichts. Also, hier unten im Keller. Es gibt noch einen Keller. Ah. All right. Hier ist viel lila Gou. Hm, nom, nom. Warum sind wir Gefängnissen? Hier muss jemand die Axt machen. Mach die Tür auf. Okay, die Tür hier ist offen. Oh, perfekt. Warte, was ist hier unten? Oh Gott, Grimace ist hinter mir. Ist hinter mir, ist hinter mir, ist hinter mir. Okay. Ich komme zu dir. Ah, nee. Pass auf, er ist da. Er ist da draußen. Er ist da oben. Okay. Hier sind ganz viele Schlüssel. Ich weiß gar nicht. Man weiß nicht, was man braucht, ne? Es liegen überall Schlüssel rum. Ich weiß nicht, welche die seltenen sind, aber welche die sind, die wir schon benutzt haben. Hat Grimace nicht gekriegt? Nein. Nein, mich nicht, aber... Das andere Mädchen. Das andere. Oh mein Gott. Ey, ich glaube, ich loge den jetzt einfach hier um den Tisch rum. Oh mein Gott. Oh, okay, warte mal, warte mal. Hier bin ich Grimace. Hier ist ein pinker Schlüssel und hier ist eine linke Tür. Okay, mach auf, aber komm sofort her, weil da ist Grimace. Okay, ja, ich habe das Badezimmer aufgemacht. Pass auf, pass auf, pass auf. Okay, er ist woanders. Pink brauchen wir nicht mehr. Ich lege Pink mal hier auf den Tisch, den brauchen wir nicht mehr. Sehr nice, sehr gut. Ah, Grimace, geh weg. Der ist Grimace. Oh nein, jetzt hinter dir. Ich wünsche, ich könnte hier irgendwie nicht den Schacht. Äh, wo hast du den Taser her? Brauchen wir den goldenen Schlüssel noch? Der Taser geht gerade nicht, leider. Oh ja, Gold brauchen wir. Gold ist hier unten im Keller. Ja, wirklich? Okay, okay, ich komme. Achtung, hier ist Grimace auch unten. Ich laufe hier kreise mit dem. Okay, nice. Aber Gold ist die mittlere Zelle. Ja, ja, Grimace, chill mal. Sehr gut, Zelle 2. Okay, ich habe, äh, irgendwie habe ich so ein komisches Ding jetzt hier. Ja, wofür brauche ich die? Der war vorne, wenn du direkt reingehst ins Haus, in diese Küche. Und dann geh hier an die Wand, neben der kleinen Kommode. Da kommt dieses Zeichen. Oh! Ah, das ist auf der anderen Seite der Wand, Ronja. Wir müssen ins andere Zimmer. Okay. Ich habe nur das Zeichen gesehen. Ah! Mein Gott. Nein! Nein, als ob der dich hat, Ronja. Grimace, nein! Ich kann dir noch zugucken. Ich kann noch sehen, wie du den Schrank befreist. Das ist die Bohrmaschine. Du kannst fliehen. Das ist die Haustür. Warte, ich kann fliehen? Ja, das ist die Haustür. Ja. Durch die Haustür? Ich muss raus, Alter. Ja, raus, 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 raus. Ja! Ja! Du hast gesagt, als ob. Oh mein Gott. Du bist einfach mitkommen. Let's go. Yeah. Easy. Richtig easy. Okay, das ist das Haus von Grimace. Sehr schön, hat mir gut gefallen. Aber keine Sorge, denn wir, du bist der Einzige, der überlebt hat. Dank eurer Hilfe, Ronja. Danke, Pio. Kendi, ich vote für Grimace. Ich glaube, das ist ein Wortspiel mit Grimace und McDonald's. Aber ich bin mir nicht sicher. Grimace und McDonald's. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon. Okay, heute versuchen wir den lila Shake, okay? Alles Käse ist der Killer. Dieser Shake ist böse. Nein! Oh mein Gott, ja, da bin ich schon. Oh mein Gott. Hallo, meine Freunde. Nein! Hier ist Grimace. Nichts. Grimace, Grimace. Tschüss, Kollege. Du sagst viel hübscher aus vorher. Warte, wie habe ich die denn gekillt? Ich habe die doch nicht mal. Verzeihung? Liderschlüssel. Wie habe ich denn hier jemanden getötet? Du bist vielleicht einfach zu mächtig. Ich habe es nicht mal versucht. Vielleicht hast du keine Kontrolle über deine Stärke. Und der Zweite ist tot, Leute. Okay, wir brauchen wieder die Baumaschine. Das habe ich schon gesehen. Wo seid ihr denn? Hier geht es weiter in die Küche. Zeigt euch, zeigt euch, meine Freunde. Ich hole euch jetzt. Ich will euch nicht zeigen. Ich sehe so süß aus, oder? Guckt mich mal an. Ja, nee, nee, nee. Klar, super süß siehst du aus. Nee, danke. Komm mal her. Guck mal zu mir. Ich finde es voll schön, dass du so süß aussiehst. Aber gerade... Oh Gott, ich brauche den weißen Schlüssel. Wo ist der weiße Schlüssel? Hi, Ronja. Findest du mich sehr niedlich aus? Komm und umarme mich. Oh mein Gott, man kann nicht die weg. So, gib mir einen dicken Drücker. Was? Ah, das ist aber eine Frechheit. Ich bin viel zu dick dafür. Da passe ich nicht durch, Mann. Ich muss abnehmen. Grimace muss auf die Ehe gehen. Hallo, Ronja. Trink Grimace seine eigenen Shakes. Ist er ein Monster seiner eigenen Erschaffung? Ist natürlich jetzt die Frage, die man sich stellt. Ah, das ist eine gute Frage. Vielleicht. Warum habe ich eigentlich eine Pommes auf dem Kopf? Hä? Kannst du mir die Pommes mal vom Kopf ziehen? Vielleicht nicht dann auch nett zu dir. Bist du deswegen nur ärgerlich, wie ich die Pommes... Vielleicht. Vielleicht, weil mir eine Pommes auf dem Kopf liegt, ja? Vielleicht mag ich das nicht, ja? Was doch... Wieso läuft denn in mich rein, Ronja? Ich dachte, ich bin heimlich. Ich hab nicht mal was getan. Ich dachte, ich bin heimlich. Aber war ich nicht. Kannst du dich wiederbeleben? Ich kann mich wiederbeleben. 30 Robux. Oh mein Gott. Wie kannst du das? Das ist ja kein ehrenvoller Ton. Nee, das ist kein ehrenvoller Ton. Das ist ja nicht normal, ey. Ich dachte nur da rum. Aktiv der schlechteste Spieler in diesem ganzen Spiel. Ey, das gibt's nicht. Okay, weißer Schlüssel. Hallo, was hast du denn hier? Den Taser in der Hand, Mädchen? Nein, nein, nein. Hier wird keiner getasert. Hau ab, hau ab, hau ab. Nein. Wieso haut ihr nicht von mir ab, hau? Wir hauen ab von dir. Äh, weißer Schlüssel. Hast du den gesehen, Mrs. Grimace? Ob ich den weißen Schlüssel gesehen hab, fragst du mich wirklich, ob ich hier helfe, gegen mich zu gewinnen? Ähm, der weg. Okay, ich kriege ja kein Problem. Der ist im Badezimmer, der weiße Schlüssel. Ach, im Badezimmer, danke. Ja, ja. Im Badezimmer. Hier ist der, glaube ich. Männer oder Frauen? Nee, das ist ein Schrauben. Ah, da bist du! Oh, warte, pass auf. Ronja, renn nicht schon wieder in mich rein, die Nase. Ich will nicht in mich reinrennen. Ich bin auf der Flucht. Du musst da hören, wo ich bin. Nee, der ist nicht im Badezimmer. Wo ist denn der weiße Schlüssel, hä? Vielleicht hat den einer von deinen Freunden. Ich weiß nicht, ob meine Freunde den haben. Wahrscheinlich. Vielleicht manipulieren die dich. Oh, hallo. Vielleicht wollen die gar nicht, dass ich gewinne. Vielleicht wollen die, dass du mich frisst. Ja. Vielleicht wollen die das. Schon wieder. Oh, perfekt. Hier ist der weiße Schlüssel. Ah, ja, da hat jemand den. Okay. Ich glaube, es wird Zeit für einen weiteren Tod. Aha. Oh, wir sind jetzt im... Ah, Ronja, was machst du denn da unten? Wir sind nur im Keller. Wir gucken hier nur, was hier los ist. Ist ja nicht verboten. Nee, das ist tatsächlich nicht verboten. Hier ist übrigens der weiße Schlüssel, ne? Ja, nee, den brauche ich jetzt nicht mehr. Den braucht man mir nur, um den Keller aufzuschließen. Jetzt brauche ich den... So, ja, gar kein Problem. Ähm... Nein, 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 nein. Hab ich sie so. Meine Feuer. Okay. Wieder mal jemanden gefressen. Ich will nicht gefressen. Der war lecker, Ronja. Ach. Bestimmt nicht so lecker wie du. Bist du immer noch hungrig? Du weißt doch, wie ich schmecke. Du hast mich doch schon mal, ähm, zerkaut. Lass mich hier durch. Wir haben halt auch nur noch sechs Minuten. Das ist richtig kritisch hier. Ich finde den blöden... Nein, den Schlüssel nicht. Oh mein Gott. Hast du dich gerade erst schreckt? Ja, richtig. Hier ist jetzt eine Falle. Hier habe ich jetzt eine Falle platziert. Du hast eine Falle. Du kommst da nicht mehr lang. Ja. Du hast eine Bärenfalle. Ich bin doch kein Bär. Vielleicht hätte ich dir das nicht sagen sollen. Warte, guck mal. Die läuft da einfach fast rein. Ey, die hat mich getasert. Let's go. Weiter so. Nein. Yes. Jetzt bin ich gefreezed für eine Stunde. Für eine Stunde. Sehr gut. Okay. Das ist genau, was ich brauche. Ich brauche diesen Glourenschlüssel. Den gibt es nicht. Hier ist Pink. Hier ist Blau. Nein, der leuchtet nur blau. Habt ihr da gerade... Habt ihr da gerade blau gesucht? Äh, ne? Er sucht hier den blauen Schlüssel. Oh mein Gott. Was? Was ist das? Ich habe mir da nicht reingelaufen, Mann. Ich habe wirklich versucht, dich überleben zu lassen, Ronja. Ich wollte dich als letztes töten. Ich revive mich. Ich brauche nur diesen blauen Schlüssel. Und ab dann wird alles gut werden. Ich glaube, dann kann ich auch bald fliehen. Okay. Hier. Sie hat diesen Schraubendreher. Das ist okay. Rot, grün. Wo ist denn der blaue Schlüssel? Hier ist der Taser. Oh ja. Oh ja. Die ist schneller als ich. Charge. Ah. Ich habe dich fast. Kann ich dich tasern vielleicht? Jetzt bin ich schneller. Jetzt trinke ich dich. Schneller, wie sind hier zwei schwarze Schlüssel. Das kann ich mal richtig sein. Hattie. Let's go. Jetzt bin ich allein. Jetzt ist es nur noch eine Person. Und ich finde dich, Ronja. Du findest mich nicht. Du weißt nicht, wo ich bin. Ich bespreche dir, dass ich dich finde. Nein, ich bin heimlich. Du hast nämlich keine Ahnung, wo ich bin. Du kannst mich nicht hören. Du kannst mich nicht riechen. Okay, ich habe den Taser aufgeladen. Du hast heute nicht geduscht. Klar kann ich dich riechen. Ich habe sehr wohl geduscht. Oh nein, Gott. Da bin ich. Nein. Hallo. Hier, Taser. Ey. Let's go. Ey. Das ist nicht mehr. Oh Gott. Mein Gehirn ist explodiert. Es ist nirgendwo ein Schlüssel zu finden. Was ist das denn hier? Das ist nur ein Schraubenschlüssel. Warte. Ich glaube, ich kann wieder. Ich kann mich wieder bewegen. Mein Taser ist nicht aufgeladen. Okay. Komm her, Ronja. Wo willst du denn hin? Äh, ich muss hier. Nein, ich kann hier nicht durch. Okay, hier kann ich durch. Du kannst da nicht hin. Willst du hin auf einmal? Ich habe den blauen Schlüssel gefunden. Ah. Was suchst du denn für einen Schlüssel? Vielleicht kannst du ja helfen. Ich brauche auch gar nichts. Ich bin bestens ausgestattet. Tatsächlich. Brauchst gar nichts? Mhm. Okay. Hier geht es weiter. Okay, was hast du denn hier für ein Lager? Äh, ich habe hier so eine Kreditkarte gefunden. Mit der komme ich durch, äh, so eine Swipe-Karte. Oh mein Gott, du hast hier eine ganze Fabrik hier unten. Warum? Die Baumaschine. Ja. Mein Ticket zur Freiheit. Was? Nein, no way, no way, no way. Doch. Oha, jetzt muss jeder doch irgendwie rauskommen. Ähm, sag mal, wo, wo bist du ungefähr? Ich weiß nicht. Äh. Wo bin ich? Ich weiß nicht hier, Siewo. Wo bist du? Äh. 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 Wo bist du? Äh. Äh. Da bin ich. Nein. Ich krieg dich. Was? Wo kommt der denn auf einmal her, hä? Der hat sich vielleicht wieder reingekauft. Okay. Nein. Ja. Nein. Nein. Ich bin frei. No way. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was für ein Gefühl. Tja. Schade. Alles Käse. Grimace. Ich fühl mich so gut. Ich hab's geschafft. Ich würd auch gerne einmal Grimace werden. Okay, wir sind jetzt nochmal im Haus. Weil ich hab's ja letztes Mal nicht geschafft zu entkommen. Aber ich hab groß... Oh, mein Gott. Doch. Was ist das denn? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das ist aber nicht der normal. Was ist denn mit dem passiert? Er hat ihn wieder getasert. Okay. Getasert. Aber hast du den mal gesehen? Ja, ja. Der sieht weird aus, oder? Der sieht richtig weird aus. Also der normale Grimace ist ja schon keine Augenweide, sag ich mal. Aber... Ja. Ähm. Der... Ist nicht gut. Nein, Ronja! Hä? Nein! Nein! Was zum? Jetzt bist du auch Grimace. Nein, nein, nein. Rissi, ich bin auch Grimace. Du verstehst nicht. Nein! Wir sind alle Grimace. Wir haben Infektion genommen. Oder wie das heißt. Was zum? Nein, jetzt bin ich auch Grimace. Jena ist Grimace. Du verwandest dich. Juga. Das hier ist ja so grün, weil er so... Radioaktiv-Zombie-Grimace ist. Oh, ich will kein Grimace sein. Ich bin so hässlich. Ich bin wieder aufgeregt. Bist du das? Bist du das vor mir? Hast du deine Pommes da... Ich werde mein... Ich bin das hier. Ich bin das hier jetzt. Ja. Hi, hi. Na? Wie geht's? Schön. Mach hier mal in die Falle. Oh, 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 oh. Ja. Eine gute Idee. Okay, wir müssen nur noch einen finden, glaube ich, nämlich. Oh. Nein, lass ihn doch am Leben, den Arm. Oh, Mann. Nein. Ich bin zu langsam. Ich töte ihn dann. Oh, ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn gleich. Nein. Die Steuerung ist schwierig. Ich bin richtig langsam. Oh, jetzt. Mein Freund der Sonne. Es tut mir leid, aber... Nein, er ist in deine Falle gelaufen, Ronja. Er ist in meine Falle gelaufen? Obwohl, das war von jemand anderem, die Falle. Ja, ja. Wir müssen ihn hier irgendwie in die Ecke einsperren. Wie kriegen wir ihn denn nicht? Das ist richtig schwierig. Wie kriegen wir den denn nicht? Wie hast du uns denn alle erledigt in deiner Runde, sag mal? Oh, Mann. Bist du wahrscheinlich einfach... Ja. Oh. Hab einen. Let's go. Oh, mein Gott. Aber jetzt mal ohne Mist. Ja. Ich dachte erst, wir sehen süß aus, aber wir sehen einfach aktiv eklig aus. Warum mache ich die ganze Zeit diese kleine Kampfgeste? Ich finde das eigentlich ganz gut. Ich fühle mich ein bisschen dick. Oh, was ist das für ein Grimace? Das ist ein Stein. Hast du das gesehen? Der letzte Wurzel, ein Stein. Ja, stimmt. Okay. Nun ja. So viel dazu. Wie gesagt, die Grimace-Shakes. Falls ihr sie kennt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten war es mit dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Schaut bei easy vorbei. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.